Hallo liebe Leute, heute ist euer SkyCaller wieder am Start und heute gibt es wieder ein Franzen gegen Zombies Let's Play. Jetzt gehe ich mal in den Multiplayer, also wo, ja halt, Spieler gegen Spieler spielen. Huhuhu. Und ich habe jetzt mal Deathmatch, habe ich jetzt, äh, ausgewählt. Mal schauen, in welchen Staff ich jetzt da reinkomme. Und heute spiele ich, glaube ich, wieder als Schnapper, oder soll ich wieder, doch, ich glaube schon, mal schauen. Doch, ich nehme wieder meinen Flammenschnapper her, weil es sehr praktisch ist. So, mal schauen, wie lange es wieder lädt. Und ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. So, genau, vorher schon hier. Wow. Wow. Jetzt muss wieder die Map hier, äh, Laden. Ah, okay. So, wir haben schon 18 Abschüsse und der andere, und wir 15. Äh, hoppala. Hoppala, das wollte ich nicht, Entschuldigung. So. vielleicht. So, okay. So, okay. So, okay. So, ok, 15,16. Mein Schnapper, hier, der, der schnauft, doch, wo man muss man aus. Ja, weil er Hunger hat. Der will was fristen. gleich die abhaut die abhaut die Schaft kleine Schlingel mal wieder heilen hier die die natürlich können wir das noch gewinnen hier mit zwei Abschüsse unterschied hier kommen auch hier k ach so da war eine Mine, Scheiße das habe ich nicht gesehen, da hat dann eine Mine hingelegt Blindfuchs ne komm ich nimm mal meinen Feuerschmack hier da gibt es ja verschiedene Modis ich finde den coolsten, der ist eigentlich Gärten und Friedhöfe glaube ich, so heißt der wir müssen halt auch die die Zombies mehrere Gärten erobern von den Pflanzen die Map ist so riesig ich glaube spiele ich dann die nächste Folge auf jeden Fall, jetzt gibt es mal Team Deathmatch Folge ok den heilen sie schon gut hat er mich gesehen weil ich so dumm bin ne weil ich so dumm bin ne einfach nix machen und warten bis einander herkommt genau ach der Spaß hat mich jetzt hier abgeschossen ach gut die wieder, wir leben mich wieder nein ne oder, ne der schafft es glaube ich nicht mehr oder nein die haben schon fast nein nie oder nein oder alter die haben schon fast krass wer aber die Folge schon sehr, sehr, sehr kurz sie haben es geschafft sie haben es geschafft na egal jetzt machen wir gleich weiter hier mit der nächsten Runde aber diesmal bin ich mal ein Zombie du 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 ne ich ich spare noch meine Münzen auf ich will mir das hier kaufen 40.000 die Musik die Musik so jetzt als Zombie mal überlegen welchen zu nicht benutzen ich bin ich bin ich bin sie es gibt es aber auch für vier verschiedene Zombie-Helden ich glaube ich ich bin ich bin ich bin ganz normalen den Soldatenzombie die benutze ich genau den hier gibt es noch Ingenieur da gibt es auch verschiedene hier Entsorgungsverfahren gibt kann man auch alle verschalten hier mit zu Stickers kann man ja auch kaufen wir schon vorgesehen ob Prozent Herr Schäfer gewohnt wird sehen ja auch vor dass keiner hier kommt genau die nehmen wir Rebes auch ob es noch um okay das kann ich auch mal fliegen hier das sind die hier die Pflanzen da vorne okay so ha so da war und wenn der Weg hier mal ist und er gibt es kann haben darüber nach genau perfekt ist der vorne moment ganz knapp was jetzt hier aber ich habe ihn noch töten können und ja es auch noch einer ach das ist auch schon sie auch so sehr ach so ihr baut ist ein Teil das hat gemeint Dankeschön so wie eine hier zum Beispiel wenn wir voll auch es gibt es ja ist in der rechts und das sind meine spezialfähigkeiten und die erzeugen wie die pflanze hier hat damals so drei verschiedene fähigkeiten hier pflanzen und zombie helden ach so da war auch noch eine kartoffelmine die habe ich jetzt nicht gesehen die habe ich jetzt noch umgebracht Böse Junge Tor ich glaube ich mache heute auch die Folge ein ganz kleines bisschen länger als 15 Minuten euch kackt darauf dass ich das hier um ein bisschen bearbeiten muss egal es ist wieder der gleiche oh der ist schon fast tot oder da ist er der müsste schon fast K.O. sein hier der ist jetzt weg wie viel habe ich denn schon? vier es geht wow da waren auch wieder Kartoffelmine scheiße genau reingeflogen toll 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 nee ha der ist auch wieder weg ach wir holen schon fast die Leute hier auf 23 zu sehen und sonst 27 20 die Stelle auch so lustiger sehr die Grafik das haben sie eh eh nice und die kommen ha der ist auch weg nur mal schön auf den Kopf ziehen hey schaut hey hey da oben sind sie genau wieder hier ja ja hier wieder die Kartoffelmine hier weg mit dem Chestingen ist hier noch eine Pflanze ja oder nein da ist eine da ist eine ja 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 wir sind vorne nice bitte halt den nice ha ha der ist auch weg nein okay der hat mich jetzt vermischt jetzt gibt es mal einen kurzen Cut hier wegen ja ihr wisst es ja weil es eh eh schon fast 15 Minuten so und jetzt verspann ich wieder zack dem Pflanzen fehlen nur noch 10 Punkte zum Sieg ach jetzt haben die uns wieder aufgeholt eingeholt nicht aufgeholt doch keine Ahnung ist mir scheißegal wir verlieren jetzt nie oder nein nein wow haha bester Move Raketensprung und dann ne Rakete raushauen haha nice wiederbeleben damit ich nicht den Kill kriegen nein nein oh mein Gott schaffen wir das schaffen wir das hoffentlich das ist ein Boss Modus hier da gibt es ja auch so ein Boss Modus auch wenn ich den Abschied sehr nice verloren verloren na toll wieder einmal aber es war es echt sehr knapp naja egal ich hoffe ich heute auch wieder diese Folge gefallen und ja bleibt selber euer Skykiller Peace wir sehen uns beziehungsweise wir hören uns bei der nächsten Folge egal ob das nie zur Speed ist oder sonst was mal schauen was ich jetzt demnächst wieder raushau naja auf jeden Fall tschau halt rein euer Skykiller wir sehen uns bei der Neue natürlich auch schon in der Neue dass der Neue die Neue jetzt nach in der Neue nach die Neue in der Neue Untertitelung des ZDF, 2020